Nur weil ein Mensch weint, ist er nicht schwach. Nur weil ein Mensch böse schaut, ist er nicht stark. Und nur weil ein Mensch lacht, ist er nicht überglücklich. Es kann sein, dass der Mensch, der weint, vor Freude weint, der Mensch, der böse schaut, Angst hat, sich Menschen zu öffnen. Und es kann sein, dass der Mensch, der lacht, am meisten Scheiße durchmachen muss. Also beurteile Menschen nicht mehr nach ihrem Aussehen.